Hallo liebe Zuschauer, heute mal eine Sendung aus der Kategorie Bots, Tolle, Botnetzwerke, Chat-GPT, Propaganda und überhaupt. Ihr müsst bedenken, auch wenn ihr eher nur so anhand fester Geopolitik interessiert seid, spielt heute Propaganda eine e-mailgrößere Rolle. Der Schlüssel zur Beendigung des Ukraine-Krieges liegt in der Auflösung bestimmter Propaganda-Narrative. Ohne Auflösung dieser Narrative kein Ende des Krieges. Da werden wir noch in 100 Jahren Waffen liefern. Da werden wir Waffen liefern, bis wir nichts mehr zu beißen haben. Das meine ich wirklich ernst, das ist so. Das ist meine tiefe Überzeugung. Ihr müsst euch vorstellen, schon seit Jahren beobachte ich diesen Effekt. Ich habe das auch schon tausendmal in irgendwelchen Sendungen thematisiert. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, meine Zuschauer nehmen mich nicht ernst. Das Thema ist ein unglaublich schwieriges Thema. Also man ist halt eine andere Welt gewöhnt und jetzt treten wir ein oder wir sind schon eingetreten in ein neues Zeitalter. Aber wir sehen es nicht gerne, weil wir uns eigentlich relativ hilflos fühlen und weil wir nicht wissen, was wir jetzt genau damit anfangen sollen. Guck mal, du musst überlegen. Ich habe schon vor Jahren das Gefühl gehabt. So was wie Chat-GPT heute, das hat ja jetzt in den letzten Monaten einen riesigen Hype gehabt. Aber irgendwelche Textgeneratoren, auch schon vor 20 Jahren, waren jetzt nicht so geil wie die künstliche KI heute. Aber versteht ihr, es ist durchaus vorstellbar, dass auch damals vor fünf Jahren schon, da sind irgendwelche Leute, die kommentieren meine Kanäle. Und sie kommentieren sie mit immer wieder denselben, mehr oder weniger inhaltlich ermüdenden Argumenten. Ich hatte damals schon das Gefühl, schon so 2018, 2019, dass ich mir dachte, das sind keine lebenden Menschen. Versteht ihr, das sind keine lebenden Menschen, mit denen ich da schreibe, weil wenn ich denen ihre Kommentare beantworte, dann antworten die nicht zurück. Oder sie antworten mit so 0815-Kommentaren, die so beliebig sind, dass sie irgendwie zu allem passen. Dass sie so vermeintlich den Schein wahren wollen, ja, wir sind echte User, aber in Wahrheit sind sie es gar nicht. Und jetzt hat es irgendwelche Pressemitteilungen von Elon Musk gegeben, der scheint irgendwie ganz fasziniert von diesem Thema zu sein. Und er ist irgendwie übelst hinterher, irgendwelche Bot-Netzwerke bei Twitter zu bekämpfen, weil, ihr müsst euch Folgendes vorstellen. Elon Musk hat das Problem, dass gerade bei Twitter, rund um sein Kau von Twitter, ist irgendwie rausgekommen, dass es bei Twitter unglaublich viele Bots gibt. Und das stimmt ja auch, das merkst du ja auch, wenn du Twitter benutzt. Da gibt es irgendwelche User, ganz ehrlich, auch gerade so bestimmte linke Social-Justice-Warrior-Kreise, die posten dann so immer wieder kontinuierlich dasselbe. Die mühlen das ganze Netz so mit bestimmten Parolen. Ich habe das bisher so von konservativer oder rechter Seite, gibt es das bestimmt auch, aber es gibt es bei weitem nicht in dem Umfang, wie es das von diesen Social-Justice-Warrioren gibt. Und, ähm, versteht ihr, weil die ja nicht die Mehrheit sind. Das sind ja in Wahrheit, hatte ich ja mittlerweile herausgestellt, ist es nur ein eher kleiner Bruchteil der Bevölkerung, es sind vielleicht noch nicht mal 5% oder so. Und so weiter, die sind nicht die Mehrheit. Aber sie versuchen halt, so wie die Mehrheit zu erscheinen. Jetzt müsst ihr bedenken, Elon Musk gesagt hat, es gibt zum Beispiel Fortnite-Scracker, das heißt ja eine Company, die hat ein Programm geschrieben, die kreiert irgendwelche, die legt Nutzer an. Sie kombiniert Nutzerdaten, sie zieht irgendwelche Bilder, weil das ist ja gerade der Witz bei diesen KI-Learnings und so weiter. Die zieht Bilder von irgendwelchen Menschen. Das hattest du ja mittlerweile, dass irgendwelche Leute behauptet haben, Annalena Baerbock hat ein Porno gemacht und dann ist es irgendeine Puzzin aus Sibirien, die sieht Annalena so ein bisschen ähnlich und mit der richtigen Belichtung und so weiter, könnte man meinen, sie ist es. Aber da werden dann so Bilder gezogen aus irgendwelchen Datenbanken, da werden irgendwelche Benutzernamen kombiniert und so weiter und so fort. Das kannst du doch, das konntest du doch die letzten Jahre bei Facebook auch beobachten zum Beispiel. Da wirst du dann von irgendwelchen textistischen Profilen angeschrieben mit irgendwelchen Frauen in knappen Outfits und dann heißt sie sowas wie Gretchen, Abi, Backwarn, Sing oder so. Ein generierter User, versteht ihr? Das ist natürlich keine echte lebende Person. Das ist doch logisch. Auf jeden Fall sagt Elon Musk, es gibt diverse Bot-Netzwerke. Es gibt Bot-Netzwerke, die beeinflussen Abstimmungen. Es gibt Bot-Netzwerke, die reporten User. Also da sitzen dann vielleicht 20 Leute in einem Rechenzentrum, zum Beispiel die Nafo. Vielleicht habt ihr ja schon mal gehört von der Nafo. Die Nafo ist so ein transatlantisches Trollnetzwerk. Da sind in Wahrheit nur unglaublich wenige lebende User. Die meisten Nafo-Benutzer sind Bots. Und wenn denen irgendwas nicht gefällt, wenn die dich identifizieren als jemanden, den sie nicht mögen, dann wirst du von tausenden Leuten reported, unreported, unreported. Und irgendwann sagt die KI, ja, irgendwas muss dran sein, versteht ihr? Wobei ich mittlerweile das Gefühl habe, dass gerade bei Twitter, wie soll ich sagen, dass bei Twitter zum Beispiel Elon Musk dahinter ist, dass das nicht überhand nimmt, weil Bots töten den Marktwert seines Netzwerkes. Das hast du mittlerweile auf ganz verschiedenen Ebenen. Du hast auch unglaublich viel Propaganda. Ich habe jetzt die Tage irgendwelche, auch irgendwelche Hörbücher gehört zu diesem Thema. Da sitzen heute wirklich irgendwelche Werbeagenturen. Und genau so musst du bedenken. Werbung ist ja, ich kenne das aus meinem Beruf, diese Werbeagenturen, die sind total durchgeplant. Die analysieren dich als Nutzer. Das können sie ja heute noch viel besser als vor 20 Jahren. Durch die sozialen Netzwerke verschenkst du ja, verschleuderst du ja förmlich Daten über dein eigenes Nutzerverhalt. Und dann kreieren sie, genau wie Werbung, ja wirklich punktgenau, darauf angelegt ist, dich anzusprechen, was für Farben mag der Nutzer, was für Formen mag der Nutzer, was für Begriffe mag der Nutzer. Ich weiß noch, ich habe das während meines Filmstudiums zum Beispiel, je nachdem, wem du mit einer Autowerbung ansprechen willst. Da gibt es dann so Dinge wie, wenn, sagen wir mal, die Frau die Zielgruppe ist, also wenn Frauen die Zielgruppe sind, dann wird ein Auto beworben mit großem Stauraum und viel Platz für ihre Visionen und weiß der Geier. Und wenn der Mann eher das Ziel der Werbung ist, dann wird da von PS geredet und von einem Triebwerk, versteht ihr? So ein langweiliger Ford-Karavan ist dann plötzlich eine Powerbox mit einem machtvollen Triebwerk, das die Leistung hat und die Beschleunigungsweite und so weiter. Keine tröge, langweilige Familienkutsche. Aber egal, man weiß einfach aus der Werbung, das hat man ja schon seit 100 Jahren erforscht, weiß man, wie man dich triggert. Wie man genau dich triggert, auf was du genau reagierst und so weiter. Jetzt gibt es ja halt diese ganzen Posten, sage ich mal, mich beeinflusst das. Ja, okay, ich meine, versteht ihr, nur weil ich jetzt eine Werbung über einen Ford-Karavan sehe, renne ich nicht gleich hin und kaufe ihn mir. Aber trotzdem kannst du, kommst du nicht umhin, das bringt einfach nichts, weil ihr müsst bedenken, das hat die Werbung schon seit Jahrzehnten bewiesen. Wenn ich für ein Produkt Werbung mache, steigt der Absatz. Der Absatz steigt, versteht ihr, es ist völlig sinnlos zu denken oder zu glauben, dass Werbung dich nicht beeinflusst. Vielleicht beeinflusst sie dich nicht in Bereichen, wo du gar nicht das Bedürfnis hast. Wenn ich mir jetzt, so wie ich, ich habe mir vor zwei Monaten ein neues Auto gekauft, brauche ich mir jetzt nicht noch ein neues Auto. Das heißt, Autowerbung, ich bin erst mal immun dagegen, ist ja logisch, aber trotzdem beeinflussen mich und euch und jeden von uns natürlich irgendwelche Sachen. Und ihr müsst euch vorstellen, Propaganda ist quasi Anti-Werbung. Ich habe heute einen Artikel im Spiegel gelesen, von wegen dem Iran laufen die Gläubigen weg und viele Iraner, die glauben gar nicht mehr an den Islam. Hä? Seht ihr, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, diese Kampagne, die sie da jetzt gegen den Iran gefahren haben, diese, dieses Mädchen, was da gestorben ist im Polizeirevier. In Wahrheit hat das irgendwelche Unruhen ausgelöst in irgendwelchen Kurdengebieten im Norden. Die gesamte restliche Kampagne mit irgendwelchen Frauen, die sich die Haare abgeschnitten haben, das sind alles irgendwelche Influencerinnen aus dem Westen. Das hat im Iran gar nicht stattgefunden. Und dann gab es da so einen Jahrestag der Revolution, da waren dann keine Ahnung, 200.000 Menschen auf so einem Platz in Teheran. Seht ihr, das ist alles Bullshit, Mann. Aber diese Propaganda zielt ja auch in Wahrheit auf uns. Man will uns irgendwie erzählen, das Regime im Iran ist am Ende. Und versteht ihr, Putin verliert ja den Krieg in der Ukraine auch jeden Tag. Aber ihr müsst bedenken, genauso wie der heute die Klimabewegung hat. Die Klimabewegung hat doch schon in den 80er Jahren, also das ist das erste Mal, dass ich mich erinnern kann in meinem Leben, dass die Klimabewegung den Weltuntergang angesagt hatte, so damals in den 80ern, ist ja auch ganz klein, da hieß es, oh, in 20 Jahren geht die Welt unter, weil wir haben keine Ozonschichten. Dann wird es kein Leben auf der Erde mehr geben. Und was war genau so, haben sie auch schon in den Nullerjahren den Weltuntergang in 5 Jahren vorher gesagt. Und Greta Thunberg hat vor 5 Jahren den Weltuntergang in 5 Jahren vorher gesagt und so weiter und so fort. Wenn du nüchtern denkst, wenn du nüchtern bist, dann weißt du doch schon, dass das alles Quatsch ist. Versteht ihr, weder wird in 5 Jahren die islamische Revolution, also wenn der Gottesstaat im Iran untergehen sollte in 5 Jahren, dann würde das vielleicht tun. Aber er wird es nicht tun, weil irgendwelche Influencer-Trullas, die von George Soros Gehalt bekommen, sich die Haare abschneiden und irgendwelche Bilder von Ayatollah Khamenei zerreißen. Nicht deswegen, dann wird das ein Vorgang sein, der wird im Iran selber stattfinden, den werden wir gar nicht verstehen von außen. Und genauso ist es, wie gesagt, auch mit dem Putin. Guck mal, ihr müsst bedenken, Putin war ja nur ganz am Anfang seiner Amtszeit beliebt. Es gibt ja diese Propagandaregel, man kann nicht ein ganzes Volk, es ist schwer, ein ganzes Volk in all seinen Bestandteilen zu dämonisieren. Also dämonisiert man den Führer, der Führer ist das Böse. Aber dass die mir erzählen, dass Putin untergeht, dass Russland untergeht, dass das System von Putin fallen wird, doch schon seit 20 Jahren, so nach dem Motto. Außer die ersten zwei, drei Jahre, wo Putin noch ganz neu war, höre ich das doch Jahr für Jahr. Überlegt mal, ich weiß nicht, ob euch das so bewusst ist, aber es gab doch immer wieder irgendwelche Berichte, das Regime in Kuba wird untergehen. Aber das Regime in Kuba ist immer noch da. Trotzdem ist es so, heute nehmen irgendwelche Bots überhand, also das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will. Wie Propaganda funktioniert, denkt mal, das wisst ihr schon. Das ist euch schon bewusst, weil deswegen guckt ihr meinen Kanal. Wenn ihr nicht so wärt, wenn ihr diesen Sachverhalt nicht durchblicken würdet, dann würdet ihr meinen Kanal gar nicht gucken, dann würdet ihr Lanz gucken. Aber dass Lanz nur Bullshit erzählt, das denke ich mal, habt ihr gehabt. Und trotzdem müsst ihr so sehen, auch wenn ihr für euch diese Erkenntnis jetzt so hattet, warum auch immer, gar nicht in euren Kopf gucken. Gibt es trotzdem da draußen immer noch viele, die gucken halt Leitmedien und denken, ja, wird schon irgendwie, also irgendwas davon wird stimmen. Außerdem ist es auch gar nicht so wichtig. Ich gucke das jetzt einfach mal, weil das ist das, was alle später sagen werden. Ich will ja nicht negativ auffallen. Und dann hast du aber auch immer wieder irgendwelche einzelnen Irrläufer, die sich ideologisieren lassen. Weil, das ist auch so eine Sache, du hast heute bei irgendwelchen, gerade bei dieser progressiven Bewegung, bei diesen Social Justice Worryern, wie zum Beispiel irgendwie das Narrativ, dass die Menschheit Transmenschen schon immer umgebracht hätte. Daraus tun ja diese ganzen militanten Transaktivisten auch ihre Legitimationen schöpfen. Das habt ihr bestimmt schon mal gesehen, dass irgendwelche Typen von irgendwelchen Transen zusammengeschlagen werden. Und du denkst dir so als normalo, hä, warum sind denn die so, warum sind denn die so angespitzt? Und weil die sich systematisch einreden und ihnen eingeredet wird, von bestimmten Kreisen, ihr werdet in Wahrheit verfolgt, der böse alte weiße Mann, der hasst euch, der sitzt schon so in seinem Keller und wetzt die Messe und will euch alle abschlachten. Das ist heute so. Keine Ahnung. Und du hast immer irgendwie irgendwelche Feindbilder. Zum Beispiel, du guckst irgendwie die letzte Generation, die erzählen dir, die CDU und die SPD betreiben den Holocaust an der Menschheit. So nach dem Motto, dann guckst du dir in Reichelt, der erzählt dir die Grünen, botten die Menschheit aus und so weiter. Das ist immer dasselbe. Und wie gesagt, heute hast du auch noch diese Bot-Netzwerke, dass das Ganze in irgendwelchen Echo-Kammern noch verstärkt wird, durch irgendwelche Bots zum Beispiel. Es gibt jetzt so ein Ding, ihr kennt doch bestimmt Kollegah, den Rapper. Irgendwie haben jetzt irgendwelche Leute verbreiteten die Theorie, Kollegah hätte irgendwelche Texte geklappt. Aber ich hab mir das ein bisschen angeguckt, weil ich auch manchmal so Reaction-Youtuber gucke, um zu sehen, worüber gerade gehetzt wird. Versteht ihr? Das ist ja eine Hetz-Machine, diese ganzen Reaction-Youtuber. Die haben ja immer irgendjemanden, gegen den sie gerade abhetzen. Es gab ja dieses Ding mit Flynn Kliemann vor ein paar, wie lange ist das jetzt her, zwei, drei Monate. Und mittlerweile ist ja rausgekommen, das Gericht zieht man einer Strafverfolgung ab. Aber egal, sie hätten trotzdem weiter. So nach dem Motto, ich gucke das halt manchmal, gucke ich da drauf, was da Sache ist. Und jetzt gibt es irgendwelche Reaction-Youtuber, die behaupten, sie hätten definitiv einen Beweis. Kollegah hat die Hefte seiner Texte, seiner Verse, die er rappt, hätte er geklaut. Aber zeigen tun sie den Beweis nicht. Sie sagen, sie haben ihn. Das ist so ein bisschen wie mit Nawalny zum Beispiel damals. Da hat ja die Bundesregierung die Behauptung verbreitet. Nawalny wurde vergiftet. Wir haben die Beweise. Aber wir, ja was, wir werden die Beweise doch nicht zeigen. Da stehen wir drüber, versteht ihr? Warum sollen wir das denn zeigen, so nach dem Motto? Ihr müsst uns schon glauben. Ja, ja. Das ist jetzt auch mit Kollegen. Und wenn du in die einschlägigen Foren guckst, dann siehst du so unglaublich viele Kommentare von irgendwelchen Usern, die die größten Kollegah-Fans auf der Welt sind, so nach dem Motto. Das ist nur ein Beispiel, versteht ihr? Es geht gar nicht darum, ich weiß es nicht. Vielleicht stimmt es auch. Aber der Witz ist, ich kenne es ja aus der Musikindustrie, versteht ihr, dass zum Beispiel damals dieser Milli Vanilli-Skandal, dass Milli Vanilli, diese beiden Tänzer damals, Rob und Fab, nicht die Sänger waren, die diese Songs gesungen haben, sondern sie sie nur als quasi Tänzer performt haben. Das war in der Musikszene bekannt. Es gab dann damals später einen Riesenskandal. Aber wenn ich jetzt so ein Hardcore-Kollega-Fan wäre, jeder, glaubt doch nicht im Ernst, dass irgendeiner, dass Beyoncé oder irgendwelche Leute ihre Texte selber machen. Und so weiter. Und dann hast du da ganz am Main, das sind mir so krass aufgefallen die Tage, die Mercedes-Benz waren die größten Kollegah-Fans auf der Welt und jetzt hat er ihr Herz gebrochen und oh mein Gott, sie werden nie wieder eine, 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 eine CD von ihm kaufen oder nie wieder irgendwas bei Spotify von ihm kaufen, aber ist mir doch egal. Was hat das damit zu tun, versteht ihr? Dass die alle lügen. Und dass Kollegah ein gewisster Geschäftsmann ist, der irgendwie Geld verdienen will. Und versteht ihr, dass er nicht der Apostel Paulus ist? Ich lese da auch mal ganz gerne über diese Reaction-Youtuber. Aber was die sich da immer ausspielen und wie sie die Moral gepachtet haben, das ist unglaublich. Genauso wie mit Rezo und der CDU. Erinnert ihr euch noch an Rezos Zerstörung der CDU? Und jetzt guckt euch mal die Grünen heute an. Wie die Grünen, die teilweise ganze Industriezweige mittlerweile an die Wand gefahren haben. Ganz ehrlich, vergiss Reaction-Youtuber. Vergiss Moral, vergiss diesen ganzen Schrott. Die kriegen alle in Wahrheit auch nur Geld, um irgendwelche Kampagnen gegen irgendwelche Leute zu fahren. Dieses ganze Moralisten-Reaction-Tum. Das ist Bullshit am laufenden Meter. Alles davon. Komplett. Und wie gesagt, jetzt kommt noch dieses Ding hinzu, dass du da irgendwelche Bot-Netzwerke hast, die das vermeintlich unterfüttern. Wie gesagt, da hast du dann ganze Kommentarspalten. Da sind hunderte von Kommentaren. Aber irgendwie habe ich als YouTuber mittlerweile ein Gefühl dafür. Ich merke das schon, ob der irgendwie nur andere Meinung ist oder ob er mir gezielt die ganze Zeit widersprechen will, um mich in so komische Einzeldiskussionen zu verwickeln und mir zu erzählen, nein, das ist Quatsch, du hast keine Ahnung, du bist so blöd, du bist noch blöder, du bist der blödeste Mensch, der je existiert hat. Ja, okay, dann bin ich halt der blödeste Mensch, der je existiert hat. Aber der springende Punkt ist einfach folgender. Was ich euch damit sagen will, ist folgendes. Es ist heute unglaublich schwer, weil das ist auch noch so eine Sache, bevor ich es vergesse. Guck mal, du hast heute irgendwie immer zwei Wahrheiten. Auf der einen Seite gibt es das Narrativ von der Ukraine, die Heldenhaft kämpft bis zum letzten Mann und die einen heiligen Krieg dieses Jahr beginnen wird, um den Russen bis nach Wladivostok und in den Ozean zu treiben, so nach dem Motto. Und dann auf der anderen Seite hast du auch immer wieder irgendwelche Pressemitteilungen, wo ukrainische Regierungsmitglieder selber dieses Narrativ relativieren. Versteht ihr, was sie auf der einen Seite verbreiten, tun sie auf der anderen Seite wieder relativieren und verweisen darauf, ja, man soll nicht so große Erwartungen schüren. Denn es könnte auch der heldenhafte Kampf der mächtigen Wikinger, der Kierwarus, der könnte auch ausbleiben, so nach dem Motto. Und genauso hast du in Deutschland, dass hier jetzt zum Beispiel die Grünen sich feiern, oh, wir haben das Verbrennerauto, das haben wir in seine Schranken gewiesen, es wird nie wieder ein Verbrennerauto geben. Und auf der anderen Seite hast du die FDP, die sagen, E-Fuels, E-Fuels sind die Macht, der Verbrenner lebt. Versteht ihr? So wie bei Drachenlord. Ich bin unbesiegt, ich bin unbesiegt. Ja, okay, alles klar, Drachenlord, du bist unbesiegt, ich verstehe. Und Putin, keine Ahnung, der trägt jetzt nur noch Seniorenwindel und sein Arsch flattert von morgens bis abends unkontrolliert. Und er ist schon auf der Flucht, in so einem alten Lada 500, flieht er durch Sibirien, gerade nach Vladivostok. Und von dort lässt er sich dann zur ISS schießen. Und da verbringt er den Rest seiner Tage sozusagen. Irgendwie sowas. Dann hast du auch so Themen wie jetzt das mit der Heizung. Einerseits jammern die Grünen, ah, die böse FDP und die böse SPD, diese Klimazyniker, die haben uns unsere wundervolle Wärmepumpenheizung versaut. Aber auf der anderen Seite feiern sie sich wieder dafür, dass die Wärmepumpe kommt. Die Wärmepumpe ist unstoppable. Jeder, der irgendwas gegen die Wärmepumpe sagt, wird, den werden wir. Und zum Beispiel gab es auch dieses Ding mit diesem komischen Tate da, diesem Influencer aus den USA. Er hat ja über Greta gelästert und angeblich wurde er einen Tag später verhaftet und fertig gemacht und so weiter. Was sehe ich jetzt irgendwie gestern, vorgestern? Tate wurde freigelassen. Sieht gar nichts vor gegen die Wärmepumpe. Seht ihr, wie ich meine? Irgendwas ist daran komisch. Heute bin ich der Meinung, dass es kaum noch irgendwelche echten Quellen im Netz gibt, die nicht so eine Agentur-Anti-Werbe-Bullshit sind. Es gibt Werbung, die soll dich dazu bringen, einem Produkt Geld zu finden. Selbst wenn du es gerade nicht kaufst, sollst du es trotzdem irgendwie lieben und es soll den Marktberg pushen. Es soll ein Brand etablieren, wie es so schön heißt. Und auf der anderen Seite hast du irgendwelche Anti-Werbung, also im Propagandasektor sowieso, die soll bewirken, dass du glaubst, dass irgendwas am Ende ist und pfeift auf dem letzten Loch. Aber wie gesagt, der Putin, der pfeift ja schon seit 20 Jahren auf dem letzten Loch. Und Bidel Castro hat ja fünf Jahre auf dem letzten Loch gepfiffen. Der hat ja entgepfiffen in einem Krankenhaus in Havanna ist er gestorben, als alter Mann halbseitig gelähmt und die Amis haben ihn nicht gekriegt. Heute hat es ja total überhand genommen. Dafür will ich euch nur sensibilisieren. Also ich rate euch grundsätzlich, damit ihr, versteht ihr, damit wir auch irgendwie so einen positiven Nutzen von dieser Sendung haben. Wenn du zum Beispiel heute Nachrichten liest. Sagen wir mal, du liest so wie ich den Spiegel. Es gibt so bestimmte Themen, ich lese erst mal die Überschrift. Bei der Überschrift kann ich fast nichts falsch machen. Dann überlege ich mir, je nachdem, wenn mir die Überschrift schon so erscheint, als ob es darum geht, mich irgendwie zu triggern, mit irgendeinem Bullshit, wo am Ende sowieso rauskommt, dass es nicht stimmt, oder mir irgendwie Angst zu machen. Dann lese ich gar nicht erst den Anreißer, gar nichts. Wenn die Überschrift okay ist, lese ich den Anreißer-Text und ganz ehrlich, meistens sehe ich gar nicht mehr weiter, weil es ja sowieso immer dasselbe ist. Wenn es irgendwie um Klimawandel geht, dann ist es immer das gleiche Narrativ. Es läuft immer darauf hinaus, die Welt geht unter Kipppunkte, wir sind umstellt von Kipppunkten, ganze Arme von Kipppunkten belagern uns, wir sind kurz davor, den Löffel abzugeben und die fossilen Zyniker und auch du, verstehst du, egal, wie gut du bist, Zuschauer, egal, wie sehr du dir Mühe gibst, irgendwas fürs Klima zu machen, du bist nicht gut genug, du Zuschauer, Punkt, Punkt, Punkt. Sehst du? Du bist nicht gut genug. Was gefährlichst, mehr zu tun? Schneller, mehr, 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 mehr. Es ist doch immer dasselbe. Aus Gamer geht die Welt unter und ständig sind wir in so einem Alarmismus und so weiter. Ich geb mir diesen Dreck einfach nicht. Wenn ich sehe, geht um Klima, da lese ich nur jeden zwanzigsten Artikel, wenn es mir irgendwie besonders interessant erscheint, weil ich ja schon weiß, was drinstehe. Genauso ist es mit Putin. Der Putin verliert immer. Egal, wenn Putin irgendwie schon im Namen thematisiert wird oder es irgendwas mit Russland zu tun hat, dann ist es die Story von einer immerwährenden Niederlage der Russen. Die Russen verlieren und verlieren und verlieren immer weiter und es ist unglaublich, es ist unglaublich, dass es überhaupt noch irgendwelche Russen auf der Welt gibt, so viel wie die verlieren. Dasselbe hast du auch bei Orban und Erdogan und dem Iran und Xi ist böse, so, versteht ihr? Xi ist so wie jetzt der Endgangster. Xi ist wie Ragnaros damals bei World of Warcraft. Er ist so der Boss der Bosse und ja, so, ja, wir müssen erstmal, wir müssen erstmal seine, seine Lakaien abräumen und dann werden wir Xi schon klein kriegen. Aber mach dir keine Sorgen, Zuschauer, der Westen gewinnt immer. Immer. Genau so liest du RT und da gewinnt immer der Osten und wünsch dir einen schönen Tag, mach dir eine gute Zeit, bleib gesund, bleib gewogen, dein Rainer Ernst.